Der 27-jährige Land war lebensgefährlich verletzt. Der 27-Jährige wurde wegen versuchten Totschlags verhaftet. Er hatte mit einem Besteckmesser in den Kopf des 22-Jährigen gestochen. Dabei wurde offenbar eine Arterie verletzt. Der Mann verlor viel Blut. Laut der Polizei haben sich die beiden Männer schon seit Längerem gestritten. Das Oberlandesgericht München wird das Zulassungsverfahren für Journalisten im NSU-Mordprozess trotz massiver Kritik im In- und Ausland nicht ändern. Es bleibe bei der Akkreditierungsliste, sagt der OLG-Präsident Karl Lübock. Und danach erhält kein einziges typisches Medium an den ganzen Tier 5 von Karlsruhe. Ich glaube, es ist ein Gefühl von ganz gewissermaßen zwischen Affenwein und Offenbett. Und wir fahren mit Fuß, wenn sie uns in Kostleffsort an 8.5-280-Jährigen nach 6.5-Jährigen. Das ist guter Interesse. Ich hoffe, dass die Saalregung mit dem Verruhig wie ein K-Fighter sein muss. Und zwar viel Brücken vom Bodenwein des Karlsruhe, aber auch trocken und freundlich heute Abend im Süden. Danke, dass wir ein paar Tropfen unterkommen. In Südschwarzwald, als Schnee das ganze Jahr. Der Süden darf auch morgens heute Abend mit Regen rechnen, aber Sonntag damit Schnee sogar. Aber dafür sieht der Ostermontag mal richtig gut aus, auch nicht längere Sonnenabschluss. Wir hoffen, dass es dann auch so kommen. Aktuelle Temperaturen, die sind sass. Freitag und Freitag, Hagenwaschen 4 und kann dann dran. Und da sind jetzt halt schon wieder mit Regenfluss weiter. Aber auch immer Rettung ab Steam. Und da sind jetzt an die Rettung abis. Oder auf dem Rettung abis. Und da sind jetzt ein Aufmerksam. In der Rettung abis. Und da sind mit Regenfluss für Regenabschluss, oder haben in Schweden auch noch eine Rettung abis. Und da sind die Rettung abis. Und da sind die Rettung abis. Und da sind die Rettung abis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020